Ich hab früher immer gerne die Sesamstraße geguckt. Nennt mir bitte abwechselnde Figuren daraus. Auf die Plätze! Schnelli, schnelli! Ernie! Bert! Obi! Tilly! Tiffel! Tiffy! Tiffy! Tiffy ist meiner! Tiffy ist meiner! Kermit! Kermit, okay. Ähm, Piggy! Ähm, Krübelmonster! Äh, Kraftzahl! Ja! Stopp! Stopp! Zählt er noch? Sesam, wer ist Sesam? Wer ist Sesam? Samson? Samson! Gibt's nicht. Ja, okay. Samson hatten wir nicht. Nee, hatten wir nicht. Aber das Rübelmonster, das mochte ich immer am liebsten! Und das ist Martina Schönherr und wir sprechen uns noch... Ja! Im TalkDot! Genau!